ja das ist jetzt folge acht wenn ich mich nicht recht im sinne let die letzten beiden folgen war ein bisschen confused die folge sieben ist vor der folge 6 gekommen keine ahnung warum aber das ist so weil dieses uploading von youtube also ich habe die folge sechs muss ich dann noch mal neu schneiden und deswegen kam dann weil ich die folge sieben schon hochgeladen habe kam dann die folge sechs danach erst und ja ist nicht so schlimm in der playlist habe ich das playlist sondern in der video beschreibung habe ich das sortiert dass das richtig ist ich hatte am wochenende letztens keine zeit weil ich besuch hatte und da ist es dann verständlich dass ich dann über das wochenende keine zeit hatte jetzt aber zurück zum video was hast du hier hast du das gebaut ach du hast ja dieses eine haus abgerissen stimmt denn der melon joshi der ist übrigens der melon joshi das übrigens auch dabei hallo er hat ein neues geld nicht wundern und er hat ein bisschen was gemacht wo ich nicht da war oder anderen hat er hier das haus neu gebaut genau wie wir das mit den schluss bären machen weil sie auch nicht kommen sie mit was in der letzten folge passiert das weiß ich selber nicht mehr also als ob ich mir als ob ich mir ja das kann so ja also in der folge sieben weiß ich es aber in der folge sechs weiß ich nicht mehr aber naja gut was ist das aber ja durch ach lol was zur hölle warte ich habe ich habe keine feine gute vorbereitung gott der ist weit geflogen ja ja was hast du hier gebaut das weiß ich also ich habe ja alles noch nicht angeguckt hallo deswegen kommen sie mit tun wir das kann unsere ep form und hier so können sie gucken oha okay dass die viecher wirklich fäden lanka heißt das okay dass die viecher wirklich fäden droppen das hätte ich nicht gedacht was wenn ich das hier so das ist zum abstand da dass sie dich nicht vergiften ach so gut 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 durchdacht ich hab's auf youtube gesehen ja ich weiß aber trotzdem das gut durchdacht ich bin so quick brain und kann eine eigene farben hier bauen ja gut wer kann das schon es gibt leute die das können aber also ist auch bei youtube abgeguckt nee es gibt also es muss bestimmt leute geben die das wirklich keine ahnung okay die ep farm ist sehr interessant unternehmen so ein fahrstuhl wieder oder hochkommst okay was hast du dann noch gebaut so schönes nix also hast hier eine kaktusform gebaut die kenne ich ja schon die hast ja schon angefangen im video die kommt weg die kommt allerdings weg weil die unschön aussieht weil die zu groß ist also eigentlich größer jetzt kein problem obwohl schon ein bisschen und wir haben sehr viel eisen okay ach stimmt eisen fahren die habe ich ja schon gezeigt in der folge direkt gleich am anfang die funktioniert anscheinend ganz gut und was ich auch gesehen habe was ich gleich mal machen werde ich werde hier endlich mal dieses feld abfahren das ist sehr schön das ist ein schönes gefühl wenn man das feld hier abfahren kann das bambus fahren mich jetzt nicht ab weil das übelst lange dauert okay ich habe jetzt sehr über ein sack weizen das ist gut natürlich alles wieder regelkonform anpflanzen ich weiß nicht was heute dein plan ist mein plan habe ich sogar schon so relativ ausgesucht denn ich werde heute auf alle fälle mein haus mal fertig bauen dann wäre ich die kirche bauen wahrscheinlich wenn ich das alles in einem video kriege wenn nicht dann mal gucken was ich heute alles schaffe oh gott fandome ja ich hab's gehört war ein hild und weg sind die wenn er nicht essen weg mit dem dreck dann hast du eine unendliche lava quelle gebaut sieht man da hinten ja und name text wollte ich auch noch trade da musst du mal gucken ob du da was rausholen kannst peruna okay also wir haben jetzt keine kein essensmangel mehr wir haben jetzt so gut wie essensprobleme haben jetzt keine mehr weil wir haben jetzt fast drei stacks kartoffeln und wenn man die brate dann reicht das für gute 20 videos gefühl okay so viel vielleicht nicht aber es reicht erst mal na komm her du phantom hast du meinen bogen gesehen na hier liegt auch noch weizen okay da habe ich alles mal abgeheizt abgelabelt das bambus wächst auch hoch bis sonst was dann lagere ich mal alles ein ach hier ist ferdinand und hier ist klaus und ja warte wirst du gleich mal die kartoffeln braten so oder brauchst du noch kartoffeln ich brauche nicht nichts ich brauche noch mehr kisten ich habe ich auch jetzt ist die frage wo es mein wasser waffen spielt das ist überhaupt mal gucken reicht der platz zur kirche ich habe mich schon wieder auf dann brauche ich noch ein pfeil so es habe ja ich habe ja genügend genau und dann wäre ich mal wahrscheinlich weiter bauen wir haben uns genug per labert um genau zu sein circa elf minuten oder zehn minuten haben jetzt per labert deswegen gehe ich mal was produktives machen erst mal gehen wir schlafen der tag okay dann gehen wir nicht schlafen was wir mit den bären machen ihr können mal in die kommentare schreiben wie das mit dem bären wird wieder bestimmte ein oder andere ob man die irgendwie abbauen kann oder ob die wirklich ich finde unendlichkeit auf dem bogen ist einfach das non plus ultra besser also das ist halt das einer mit der effizientesten dinge weil dann musst du halt nicht einfach dran genau da werde ich mal mein haus weiter bauen gucke was ich da so rausholen kann das ist jetzt nicht das schönste haus aber direkte heilung habe ich als trank von der hexe bekommen echt ja ja bringt er mir was perfekt ich habe schon ein paar dinge eingesetzt was war das was soll das war das ding ist da ich ja keine glas scheiben habe solch glas scheiben oder glas blöcke nehmen für mein haus tasten du genommen glas scheiben werden besser weil glas blöcke da könnte ich auch so ecken machen aber du hast ja noch gar nicht mit dem haus großartig ich brauche das gar nicht mehr also das mache ich am wochenende samstag ok muss mal kurz gucken wie habe ich denn das hier gemacht und ich würde sagen ich mache das hier auch so so dann so kriegt mein haus die ersten wände ok das war höh 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 was habe ich denn hier gebaut freut mich nicht das musst du selbst wissen ich habe hier bei der das ist auch effektive hausbau dings und sie war bei euch so der der schultag war er bei euch gut war dabei schlecht wie fandest du heute denn also wie was denn wie fandest du denn die schule alltäglich das ist auch nichts besonderes das stimmt heute war bei uns nicht großartig besonders was baue ich denn hier gute frage nächste frage habe ich irgendwas gesoffen ja generell das ganze haus sieht übelst komisch aus das fällt dir jetzt erst auf ja das ist ja ich weiß die es bei st was der eisengohle mir macht war mir auch wie weit sind unsere kartoffeln auch schon sehr weit wenn wir mal was raus macht auch eine kiste ist voll mit kacke es ist doch so hab ich nicht mehr solche steine gekommen weiß ich nicht ich glaube nicht ob das er noch kommt ja er hatte die möglichkeit ja aber du konntest dich ohne aus mehr ja ich wusste es halt nicht was wir jetzt machen äh hast du noch diese komische steile ziegelsteine äh kivitili was ist kivitili ja hast du ein bisschen ja ist okay ich nehme mir mal ein bisschen was von diesen das ist für die mauer der klaut mir die mauersteine ach passt schon ansonsten brate ich eben neues ich sehe wunderschön aus mein skin ja ja wir sind es wunderschön aus ich finde es ist wunderschön ich weiß nicht was du dagegen jetzt hast nix ja 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 es hat was besonderes was baue ich denn hier immer sag mal hab ich irgendwie was gesoffen das ist doch das haut doch ne 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 nix ne 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 das jetzt hier das heißt immer hier das nächste sag mal bin ich so blöd zu bauen oder was die antwort sehen sie alle in der nächsten folge die antwort gibt es in der nächsten folge und deswegen bauen wir die kirche zusammen nee warte mal habe ich nicht habe ich lack gesoffen ich kann das doch gleich zu bauen das ist doch viel schöner wenn ich das doch so baue dann ist das doch viel schöner als wenn ich solche dinger mit dran klatsche jetzt baue ich das ganze aus das ist nicht das ist mir jetzt ein dorn im auge das muss jetzt sein ja nee das muss jetzt einfach sein hier baue ich jetzt eine treppe hin so das nee dass das ist einfach das reizt mich so was reizt mich so was muss weg so hier genau so bam ganz einfach ohne diskussion ich habe jeden grund zu diskutieren hier genau so gerne mein konstrukt zeigen möchte es beim neta portal das ist ja auch gerne angucken was ich frage mich halt manchmal wirklich was ich hier tue was ich hier baue ich bin farm creeper lebensmüde du ozombie also okay hier im kreis kann man nicht viel machen aber man ich kann das doch wenigstens ein bisschen schöner bauen kannst du es nie nein möchtest du es nein ich blick hier gar nicht mehr durch so jetzt schon ja es ist jetzt schon zu viel von mein gehörn warum ist das denn jetzt abstehend was baue ich hier ich frage mich wirklich nichts mehr nichts nichts baue ich mich hier mit glasfenstern hoch also wirklich und was habe ich denn hier wieder für ein konstrukt gebaut so viele fragen aber keine antwort ja wirklich ist so habe ich das umgesetzt doch wenn die mit seiner gang jahren ich weiß es nicht kommen wir klar er was bohren was 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 so der tp teleports hat ihn teller jahren doch lerne luxe ok ja also du kannst du auch nicht lesen oder was nee das stand da wirklich kann dir screenshots schicken nee bitte nicht jetzt sieht das doch um einiges schöner aus oder findet ihr nicht wenn jetzt alle in die kommentare schreiben baut das wieder zurück dann gibt es dann gibt es kein minecraft teams mehr hey dann dann was für das projekt spaß sei so aggressiv hier ja ne tschüss nein bleibst jetzt hier das war's für diesen server ich hoffe euch hat dieses projekt gefallen ihr wird es nie wieder sehen vielleicht von deinem stein mauern dinges genau hat mir alles ach das sind doch ein team zwinker zwinker was für ein zwinker belästigung ist das hier okay ich konnte das jetzt hier nicht schöner bauen aber das ist ja schon immer echt aufgefallen ja jetzt steht noch nicht mal ein block voneinander entfernt doch ja gut aber ne wie ich einfach das gatten mein ganzes haus noch mal neu baue gefühl und ich find's halt so hässlich ne ich nicht keine ahnung ich hab's nicht mal gesehen eigentlich ja was lauerst du dann was lauerst du naja hast mich schon richtig verstanden ne ich hab dich gar nicht verstanden ja ja hast mich schon richtig verstanden durch diese ganzen stämme die hier jetzt über überstanden kann ich jetzt benutzen um mein haus weiter zu bauen das ist wiederverwertung das ist bio das ist bio mein haus ist bio das ist umweltfreundlich das ist umweltfreundlich aber sowas von jetzt kann mir hier keiner mehr an den kragen gehen weil ich hier den halben wald abgerodet habe nein das stimmt da wollte ich noch paar bäume einpflanzen was bei dem wald bisschen was für die umwelt wir haben doch im wald neben unserem dorf kann sein 1 2 3 4 1 2 3 4 oh mein gott das ist auch noch symmetrisch nicht ganz ungefähr ungefähr ich brauch mal wieder was zu essen okay perfekt kann man einen dochwohner beruf metzger nehmen dass ich da bisschen essen bekomme stimmt jetzt wisst ihr was ich schon mal wieder als nächste aufgabe habe für minecraft 1.19 warum was ne metzger gibts schon du opfer echt das neue haus ich dachte das war von dir als scherz gemeint gibt es echt metzger das ist dieser fleischer der dir essen gibt och gott warte mal wie sieht der aus och gott der minecraft profi ja ich habe kann es halt noch die nächsten projekte kommen mit der 1.12 jaja damit auch miese ein bisschen ich weiß nicht mal ob das jemand hat das neue haus was ich gebaut habe ich google jetzt google da kannst du auch amazon gucken mir da egal warum ist das dunkel und wie ist er selbst gar nicht mehr keine ahnung finde ich finde ich nicht ist mir auch egal was wollte ich machen so und wichtig und wichtig ich wollte mein haus weiter bauen das würde ich machen ich habe neue schwert das ist schön für dich das ist richtig stark und herz und mir ist wo seid ihr ich muss wenn ihr das so besser oder findet ihr das so besser wenn ich zwar schwein hier ich finde das glaube ich so machen jetzt das ist traurig ja so finde ich das ist besser ich komme jetzt mal zu dir doch scheiße ich brauche pfeile ich komme doch nicht zu dir kannst du gleich mal eine schaufel mitbringen brauchst eine schaufel eine schaufel ja muss ich überlegen muss ich überlegen was weiß ich denn jetzt und oder stein ach so ja stein auch noch ich gehe gleich gleich selber was dinge holen schaufel brauchst du haben hier steaks ja habe ich ich komme ich bring dir eine eisenschaufel mit das ist jetzt nicht passiert das hat jetzt keiner gesehen jetzt bin ich auf die aufnahme mal gespannt jetzt bin ich gespannt wie du gestorben bist wie du jetzt sterben kannst du hast in der wald in der wald okay in der wald ja komm mal schlafen wo ist niederwald ach ich habe naja habe ich doch gerade gesagt ich habe verstanden hier ist niederwald ach so ich habe gesagt ich habe gefragt ob du niederwald hast weil ich da in deiner truhe was gesehen habe ey mir ist kalt eine schaufel wir uns hier deine schaufel ich habe eine schaufel da danke weißt du was ich tue dir jetzt ein schaden ich habe kein lapis ey hier ist der lapis jetzt ist lapis ach so du hast ich habe mir tatsächlich alle zaubersprüche von dieser sprache habe ich mir tatsächlich in eine liste eingetragen ach du schweiß so hobbylos bin ich jetzt weißt du was ich meiner jetzt wisst ihr was ich meiner freizeit mache hobbylos sein jaja jetzt muss ich bloß kurz finden wo wo ich das hingepackt habe äh zauber näher ja zauberung ja zauber näher ent chant means da mhm hat es gefunden ja wenn es sich auch mal öffnen würde hatten wir nicht mal ein schlies wo ist der kollege mhm wie ist das irgendwas mit hajo kai kai es kann aber sein dass ich ich 1 2 oder so nicht rein getragen habe kann sein dass es genau die der der zauberdings ist wo ist der schmied ich darf wir haben doch hier einen waffenschmied irgendwo gehabt perfekt steht nicht dran dann google ich auch manchmal oder ne ich tue das einfach kurz mal umstellen ist er verrägt oder was wer wer denn unser waffenspiel ach da ist er ja ne was machst du kollege wir sind selbst gar nicht mehr äh ach haltbarkeit ne haltbarkeit brauche ich nicht ich brauche kein schwert von dir wie ging das jetzt nochmal wie ich andere anschauen mach so ich musste hier reingehen das drauf machen und dann wieder zum dings rennen und das wieder ab machen genau und dann auf ganz schnell weg effizienz 2 ist es gut auf was eisenschaufe weiß ich nicht ich auch nicht ich geh ins netter bis gleich ja ich hoffe ich komme neben zurück effizienz 2 effizienz 1 ne effizienz 2 war besser aber habe ich also verdauert es doch nicht du verschwendest nur level damit ich merke es ich mache jetzt effizienz 2 draus oder perfekt wenn die kaputt ist kann ich dann dann jahr wieder runter machen ja 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 ok also so viel wie ich weiß natürlich schon effizienz ist ja schneller abbauen ich weiß vieles ich habe ja gar nicht so gestört ja es geht ein bisschen schneller mit effizienz 2 jetzt ist jetzt nicht so ja obwohl obwohl es geht sogar so ganz ganz okay du stehst hier im weg an der pigment bist du ich habe den ganzen zonen haus und ist ja schön dazu schafe und hühner ach scheiße habe ich was vergessen heute haben wir haben ja auch ein paar mal mit kriegner kam als wir was haben die jetzt wenn er voll freigeschalten tut dann sind gehört noch was so etwas angebaut nee wenn es nachsingen ist glaube ich ok hat mir der gute farben mal erklärt du glaubst das ja ja wir sehen ja ob dieses video gesperrt wird oder ob das weiter noch benutzen darf ich hab nicht dass ich oft aufmissige fox kanal bin ich immer so okay geblieben machen ist ja genau ein grasblock heißt jetzt muss ich holz holen hast du bäume nachgepflanzt in dem wald hinter meinem haus an die ich hab das gemacht das war jetzt wieder endlich fehler ich ohne war es nicht irgendwie ich weiß es nicht mehr schicht war das doch oder 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 war das wild was gab es denn zur auswahl einiger ich kann gleich mal gucken eigentlich ja guck mal sollst du ich bloß noch das dach und da habe ich keine ahnung ist das bau deswegen setze ich jetzt hören und so rein wenn ich das dachbau verschöner ich dann noch das da aber ansonsten war es wirklich eine andere richtung nichts was hast du getan ich habe nichts getan wusstest du das in etwa lava ist ja naja das ist passiert nach so ein bisschen lava gefallen nein hier ist überall aber und ich kann meine arbeit gefahren die belästigen mich sagt das doch gleich und da geht es raus ich würde eine tür einsetzen in den ganzen bums ich würde und dann brauche ich die kirche was heute gar nicht die kirche doch nein das ist so nun voll sein das mache ich heute das habe ich dir heute schon das ist gar nicht gesagt wir wollten das am wochenende zusammenbauen das hast du gesagt das hast du gesagt naja nicht ich das wird dann so fortgesetzt nein das kann ich nicht bezeugen wir bauen die kirche am samstag ich will wenigstens schon mal eine struktur bauen eine struktur was ist denn ich gehe kurz schlafen nerven die gerade und wie die nerven gibt es gleich bahn ich finde es zeit ich bin keine nerven ich bin zu blöd dafür ich habe ich habe ich habe mori doch gebannt gekickt gekickt wegen spam der strafe muss sein da sehen wir ein wildes creeper im walde ich will hier so eine geile tür einbauen oder gefunden durch eine zufällige sprengung oder ich bin spreng experte das ding ist das haus ist halt so ich könnte es so bauen oder ich mache es gleich so es ist einfach zufällig irgendwo im bett rein glück finde ich irgendwas oh tschuldigung ach das nehme akku auf mich das ist gut setze ich das hier weg und dann klatsche ich das hier noch weg und dann baue ich nichts hier in der tür rein 54 mache ich das so 55 gerade eben war es noch 44 nur lügen hier so und so muss ich gucken wünsche ich das jungfurt des jahres 2021 griff der für das gefühl ist mir egal es ist auf jeden Fall cringe okay noch nie jemand gehört dass der das sagt ne habe ich schon gehört aber jetzt gerade derzeit höre ich das gar nicht mehr ja ja man hat es schon mal gehört aber nicht mehr so oft gerade jetzt nicht mehr da will ich sagen hier mache ich dann so den Kistenraum rein oder dieses haus hat halt so ne komische Lage mal gucken was ich hier noch reinbaue warum ist hier Lava überall nur weil wir in Neta sind heißt es doch nicht dass hier überall Lava sein soll ach toll die habe ich auch schon gesprengt kommt die nächste Lava so jetzt beschrifte ich mein Haus oh cool hier ist ein Durchgang da war das hier im Gang keine Ahnung Perfekt ähm hier wohnt mich sieht der Fox Zutritt nur für wahre Fixer und Team Mellon Fox Perfekt da mit Tokusie da ah was ist da mit Tokusie da das ist auch schon so ein übelst alter Trend ey komische Alien ey das ist auch gekommen und gegangen ich habe noch genau neun solcher Ziegelmauer Dings da für dich kannst du wieder haben brauche ich auch ne kannst du behalten ja perfekt brauche ich auch noch bestimmt irgendwo äh das war immer so komisch wenn ich das gesehen habe äh so und jetzt gucke ich mal wegen der Kirche doch ich will wenigstens die so ein bisschen länger bauen ich will mal wenigstens ab wenn alles eh wieder abreißen ich will da eh wieder alles abreißen dann nein ich hab vor die komplett abzureißen 2,3,4,5,6,7,8 wir werden da komplett die Blöcke umtauschen so sagt man das ist nicht mal und das ist jetzt unendlich Lava Quelle oder wie ok was die unendliche Lava Quelle die du gebaut hast ja die ist unendlich ok glaubst du mir nicht braucht sie ne Weile zum regenerieren oder ist sie gleich so fort nein braucht ne Weile ach so schade spielst du das auch nicht zum ersten Mal doch hey das ist seit der 1,17 echt? ach ach so ich wollte da links fahren ich verlasse das das Neta halt das Neta der Neta das das Neta die Neta die Neta wie auch immer verlasse ich mit sieben antiken Schrott boah Digga was bist du für eine Maschine ich krieg ich bin keine Maschine ich krieg dafür dass ich 16 20 21 Betten geopfert habe ist es wenig Digga ich find in 3 Stunden da kann ich die ganze Zeit gucke ich ne aber ansonsten so richtig netter aber finde ich irgendwie nicht danke Enderman Somazi Palayan Meloniasi perfekt ähm wie hab ich denn das hier so ne ne ähm so ne so so hä wir haben neun Waffenschmied wir haben neun Waffenschmied weiß ich nicht wie findest du das so von der Länge her warte 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 und dann vielleicht noch ein bisschen breiter 3 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 1 nach hinten 1 nach hinten 1 nach hinten wir haben gesagt 14 mal 7 ja beziehungsweise 7 mal 14 haben wir gesagt perfekt und dann vielleicht noch ein bisschen breiter was meinst du zu der breite 7 ach Junge das haben wir doch schon besprochen ja rechne mal bitte aus sag mir wo ich die Fahnen setzen soll gib mir jetzt noch mal Holz gib mir mal Holz danke dass du es mir jetzt einzeln auskratzen tust egal 1 2 3 4 5 7 und hier noch 1 so jo hab platziert hast platziert ich hab platziert das muss so sein alles dort wo so 1 ist hier so aber das sind doch dann keine 14 das sind doch dann 15 na ne ich meinte dann immer Innenraum 7 mal 14 das ist Innenraum weil wir ja einiges am Platz haben wollten ja das stimmt das ist schon ist schon mehr als so eine Massentierhaltung ach warte ich setze das kurz ein Ende also ich nein hallo Kühe also davon mach ich jetzt ein Screenshot perfekt ähm jetzt 2 gebraucht das ist ein Essen auch sicher dass das hier stimmt ja was haben die Archiven erhalten äh die haben voll netherworld echt warte was also so viel wie ich weiß ist das voll netherworld ok ach scheiße ich brauch erstmal jorge im augen ist hier so aus das hab ich aus der Kirche geklaut vor unserer Werkbank halt 2 3 4 5 6 7 aber ich glaube nicht jeder von den 8 ok eigentlich ist hier in jedem doch verhältlich aber egal guck mal wie hässlich ich aussehe alter was warte mal wenn du sieben netherworld hast ich habe hier 7 als siegen schoss so ob sache ich klucker hier noch mit ich könnte mal so ich soll ich mal mal die rüstung schon mal langsam anziehen machen will ich dir aber verzaubern ok also so wie ich das sehe wäre ich wahrscheinlich heute vielleicht doch nicht schneiden also entweder die haben wirklich alle netherworld oder die haben sich die rüstung so getauscht wahrscheinlich schutz ach ich habe kein level ich muss mal ein paar kühle töten das problem ist die waren ja alle sehr oft im nether das hat man ja auch schon gesehen warte mal ich kippe was ist wenn ich jetzt runter zur xp farm gehe ist leer meinst du ist leer muss da 5 minuten mal sein damit da irgendwas gespawnt ist dann warte ich ja na gut ich gehe jetzt auf ja so leute wenn es euch gefallen hat dann lasst ein like da abonniert aktiviert die glocke um kein video mehr zu verpassen ja das war's fürs video haut rein leute ja schreibt einen kommentar und ja mal gucken wann die folge kommt haut rein leute und ciao ciao ja